hallo willkommen zu einer neuen runde mordhau versagen mit mir die rivale jetzt bin ich im blauen team schon wieder ja ich weiß nicht ob das einfach nur meine reflexe sind oder ich einfach nicht die maximale performance aus meinem rechner bekommen kann auf jeden fall ich bin überdurchschnittlich unterdurchschnittlich gut das ist neu es gab ja noch ein update mittlerweile für diese map da geht es jetzt nach hinten weiter hinter dem schloss da bei den roten genau genau ich habe das haben wir dann auch hier hinzugefügt die mine vorher gab es die nicht auf jeden fall jetzt wird gefeiert wenn ich nicht mal wieder zu spät komme was ist das fällt so eine schaufel wo dies nur ein mit freust da ist mein angriff unterbrochen am hinteren ja toll da macht kaputt ich mach nicht ja team wirk naja sehr gut äh hindert dir du ne ich meine entschuldigung nein nein ja ich bin reingefallen ich bin drauf eingefallen wie immer und die haben den pump glaube ich auch verlegt kann das sein ach keine ahnung da runter geht nicht ich gehe mal in die mine rein mal gucken wie es da aussieht ich lasse ich hier gleich blankiert werde oh alter das sieht ja cool aus oh eine spitzhacke oh noch eine spitzhacke echt tolle verteidigung in den mauern wenn da solche große fenster sind bzw löcher wo man einfach durchblättern kann cool ah ja nicht du schon wieder wieso kann ich nicht schwingen wenn ich geklatscht werde hä warte mal moment äh messer äh grundstatistiken äh bläm 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 stopp bei treffer no nein erlaubt kombos bei erfolgreichen ach so warte mal äh ja und das bindet fändlicher und mit der faust ja gut da waren viele vielleicht hat mich auch einfach einer mit einem schwert getroffen hm ja 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 ne 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 mehr konzentration ne 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 den nächsten töt ich. das habe ich mir jetzt vorgenommen, das mache ich jetzt auch, aber das ist ein Feind. den habe ich jetzt eher passiv getötet, würde ich mal sagen. aber den nächsten, den töt ich jetzt, bzw. den besiege ich jetzt, meine ich. auch wenn es eher ein messer in den rücken war, aber trotzdem, messer ist messer, was macht er hier? na gut, ok nein ach komm, Wurf-Axe, ja natürlich. ah ich weiß nicht, was ist eigentlich besser? Fürst-Pürfen oder Fürst-Pürfen? oh wow was war das, ein Rab, ist das ein Rab hier? warte mal, ich guck mal kurz, was der hier hat wie heißt der Eumene? kann auch ein Ritter Schwert sein Ritter Schwert, Tatsache, das ist das Ritter Schwert das Ritter Schwert, das Schwert, ja das Ritter Schwert, genau das sieht, das sieht ein bisschen aus wie eine Rabia mit diesem, äh, mit diesem Handschutz, aber egal was machen die hier? ähm, okay, ich weiß nicht, was sie da machen, die scheinen Kumpels zu sein toll toll nein naja, immerhin, gute Laune hebt sich auf jeden Fall nein nein hmmm, blocken schneller blocken besser blocken aber wir halten uns ungefähr auf dem gleichen Level das ist ja steil ja, oben der Ritter Rappters was heißt das überhaupt Rappters Rappters keine Ahnung kann ich hier was nehmen? oh, Lanz in der Sache du 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 ich stell mich mal nicht in Schussfeuer hin ich sehe was du versuchst du versuchst du versuchst du versuchst du versuchst du versuchst das Rangsschwert ein Rangsschwert ich bleib mal beim Messer oh, wie wärs wenn ich eine Hand nehme der Rage hab ich die ganze Zeit ich hab die ganze Zeit zwei Hände genommen nein man das erste Mal hat er gefainted das hab ich gesehen gefainted noch ein eingedeutsches Wort für heute okay gefainted oh ah, Musik da ist der Bogenschütze da ist der Bogenschutz Oh, kann ich hier hin? Oh ja, ich kann. Ich springe mal lieber sofort drüber. End in den Rücken. Ah, damit, das hat jetzt super geklappt. Messer end in den Rücken, komm. Dafür heißt das Ding doch Messer. Oh, der Outer, was hat mich? Da sind mir zu viele. Da fühle ich mich unwohl. Der hat ein langes Ding. Die schmeißen mit Speeren. Was ist das? Das ist so eine Schaufel. Da gibt es viele von der Sorte, wie es scheint. Oh, Messer. Alter, diese Effekte. Boom, 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 boom. Ach, die Mine. Ja, die gab es schon vorher. Das ist ein Freund, okay. Freund? Au. Das ist... Bin ich mittlerweile zu rot, dass ich... Nee. Blut beschmiert, dass ich ein Freund... äh, Feind aussehe. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wow. Oh, das sind Wumschiffe. Oh, nein, Mann. Was passiert eigentlich, wenn ich so just for fun... Äh, die... Prime-Water-Höhe. Nur so just for fun. Ich habe einen Ping von 60, das ist gut. Warum auch immer plötzlich. Kommt das jetzt nur so fort, oder ist das plötzlich flüssiger geworden? Nein. Ach, Mann. Nein. Hm. Ich probiere mal wieder Sword-Person. Und ein Han... äh, ein Han... Ein Han... Oh. Oh, da hat jemand Barrikaden gebaut. Wäre cool. Was macht der da? Und warum kann ich nicht schwingen? Ah, jetzt mal im Ernst. Warum konnte ich nicht schwingen? Ach, warum muss ich denn hier? Na, eine Hand. Komisch. Was ist das? Was ist das? Vor allem genau. Wer ist das? Hm? Okay. Ah. 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 ich hab doch geblockt! block ich zu spät? oh ein schwarzer Ritter ist es das? block ich zu spät? ja der blockt doch nicht sofort wenn ich die maustaste drücke wenn ich rechts drücke ich hab doch mal ein schwarzer Ritter Oh, komm her, du NEIN! AAH OK! Das war es glaube ich ein neuer Rekord was das überleben mit 3 Gegnern betrifft Ummzingelt vor allem aber ich Das kommt mir nur so vor, glaube ich. Hoch. Erobern, sage ich, erobern. Das ist der Freund gewesen. Neutralisierung. Oh, das bringt ja Punkte ein. Oh, wow. Ja, nice. Als hätte ich 65% Gegner getötet. Nein. Aber natürlich. Immer wenn ich mein Schwert schwinge, schwinge ich einen Verbündeten an. Ich bin da Schwinger? Äh, 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 äh. Au. Oh. Ach, Mann. Immer. In jedem Game, was ich heute habe. Oh. Ah. Bin ich das Verlierer-Team? Bin ich der Verlierer hier? Ah, ich weiß nicht. Ach, komm, ich mach mal noch eine Runde. Für heute. Ah, komm, ich mach mal das. So, danke fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen, Frau Ellen. Danke fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Ach, mach mal gut. Und zwar einfach mal eben, dass du�ge top machenos hast. Und zwar von September. building. Vielen Dank.